Hallo! Willkommen zu Hause! Heute gibt es endlich die lange erwartete leere Haustour. Ich habe ein bisschen gewartet extra, damit auch schönes Wetter ist, denn wir haben ja extra ein Haus gebaut, was sehr viele Fenster hat, was Licht durchflutet ist. Und heute ist ein schöner Tag für eine leere Haustour. Wir sind kurz vorm Umzug, das heißt, das nächste Mal, wenn ich dich hier mitnehme, steht wahrscheinlich alles voller Möbel. Also, ich würde sagen, wir gehen rein. Justus ist Kameramann, aber wir werden uns auch abwechseln, weil er ist hier von uns beiden der Aufgeregteste. Er möchte nämlich hier ganz viel erzählen. Heute wirst du auch alle Details zum technischen Kram bekommen. Darauf warten auch ganz, ganz viele, weil das Haus ist natürlich auch jetzt saniert worden. Hochmodern, technisch, umwelttechnisch und so, ne? Ja, umwelttechnisch und so. Egal. Okay, so. Okay, los geht's. Wir fangen an an dieser Haustür, die du kennst. Und zwar funktioniert sie mit Fingerprint, aber auch mit Schlüssel. Das heißt, man kann entweder oder, das war ja so eine Frage gewesen aus der Komitee, was ist, wenn der Strom ausfällt. Dann kann man ganz normal auch den Schlüssel benutzen. Dann gehen wir mal rein. Wir gehen rein, ich bin so aufgeregt. Ohne Schuhe, bitte. Justus' Baby darf man nur ohne Schuhe betreten. Ja, ja. Willkommen im Flurbereich. Du wirst denken, es ist doch nur ein Flur. Nein, es ist natürlich nicht einfach nur ein Flur. Weil Justus wollte auch den Flur schon so... Ja, so schön wie möglich gestalten. Sonst ist es halt nur ein langer Flur, der dunkel ist. Jetzt ist er nicht mehr dunkel. Also man hat hier Lichtelemente drin, die so ein bisschen fensterähnlich sind. Das ist irgendwie wie Licht von draußen. Hier, jetzt sieht man das auch zuerst mal. Ja, ach so, ja, stimmt. Auf YouTube und überhaupt. Ist jetzt endlich auch fertiggestellt. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis das endlich fertig war. Warte, hast du deine Sitzecke hier für? Nee, noch nicht. Diese Sitzecke ist nur eine Sitzecke, nicht für Jacken. Man kann dann die Schuhe reinstellen. Also man kann hier seine Drecksachen unten reinstellen. Man kann sich hinsetzen, die Kinder können sich hinsetzen, Schuhe anziehen. Hier gibt es indirektes Licht. Genau, da kommt ja noch ein Bild davor vielleicht. Gucken wir mal. Ist ja noch leer. Ist ja eine Leberhaus. Fliesen, das kannst du ja auch mal kurz zeigen. Die gehen hier komplett im Erdgeschoss durch. Außer natürlich im Wohnbereich. Da sind dann wieder richtig schöne Parkettböden. Ja, also hier im Wohnbereich ist es wirklich sehr schön mit den Fliesen. Da gab es wirklich dramatische Szenen, um diese Fliesen hier zu verlegen. Aber es ist Gott sei Dank alles vorbei. Und damit es eben auch aufgelockert wird, dieser lange, schmale Flur, gehen die Türen so nach innen auf. Und man hat da so eine Nische. Und dann. Und hier nochmal. Achso, wir machen so. Dann machen wir schon den ersten Raum im Flur. Den wir ins Elternschlafzimmer machen. Ich habe das auch immer fünf Stunden über sein Flur. Ja, genau, kann ich machen, aber lieber nicht. Über jedes Detail, jedes Detail, was ich jetzt hier sehe, der Mittelmeter, darüber hat er sich Gedanken gemacht. Ja. Und angefasst. Gedanken und angefasst habe ich es auch, ja. Willkommen in Justus und meinem Schlafzimmer. Den kleinsten Raum hier in diesem Haus haben wir uns ausgesucht. Es ist ein neues Zimmer vom neuen Anbau. Und ich liebe es. Siehst du es? Dieses riesige Eckfenster hier. Panorama. Wir lieben einfach Fenster und nach draußen gucken. Okay, also man stellt sich vor, diese Mülleimer, die sind nicht mehr da. Sondern man hat hier schon eine grüne Insel. Man sieht also, es geht gar nicht mehr, dass man die Einfahrt sieht. Sondern da stehen dann nachher da hinten die Autos. Hier kommt auch noch ein bisschen was Grünes hin. Also man hat wirklich den Blick nach draußen. Jetzt hast du ja schon gespiegelt. Was? Was? Was hast du denn schon gespiegelt? Den Garten zeigen wir doch noch gar nicht. Ja, das ist noch lame. Ich werde noch Stunden über den Garten sprechen können. Seit dem letzten Vlog vom Garten hat sich ja wieder so viel getan. Ach, du sollst doch nicht spickern. Jetzt spickerst du die ganze Zeit. Die ganzen Leute, die bei mir Instagram-Story gucken, die wissen sowieso schon alles. Ja, das stimmt. Ich muss das nämlich da ja immer mit. Hier kommt unser Bett hin. Ja, das sind die Spiegel für die Badezimmer, deshalb nicht beachten. Ja, das ist immer noch ein bisschen vollgestellt. Und dann haben wir wirklich, wir beide, die Sicht nach draußen auch immer in unseren Garten. Also das wirst du dann auch sehen, wenn es hier fertig ist. Können sich auch viele noch nicht vorstellen, aber es wird wirklich toll. Wir haben fast keine Schränke beim Möbelhaus gekauft, sondern das sind alles eingepasste Schränke. Maßanfertigung von unserem geliebten Schreinermeister. Ja, das wäre dann meine Schrankhälfte. Und es haben sich Leute beschwert, dass es zu wenig Platz ist. Also ich habe meine Hemden, meine Pullover, die passen alle rein. Socken, Unterhosen, T-Shirts passen alle rein. Und das ist Nancys Schrank. Und Nancy hat zu sortieren. Denn Nancy zieht nämlich auch nicht jeden Tag tausend verschiedene Sachen an. Alles, was da nicht reinpasst. Wir Frauen in der Community haben schon völlig zu Recht festgestellt, dass so ein kleiner Schrank niemals ausreicht. Okay, und das dann wieder die Hälfte von mir nehmen. Wie bei dem anderen Schrank, das ist ja so ein Riesenschrank. Und Nancy hat auch gesagt, Hälfte, Hälfte. Und nachher habe ich so eine klitzekleine Ecke bekommen und sie den komplett pressen. Ja, du hast ja auch immer die Selbsachen an. Immer deine Polohämmschchen da. Naja, okay, gut, weiter geht's. So, dann die Cyber-Sachen, um mir zu zeigen, oder nee? Musst du mir sagen. Ja, ist leider noch nicht ganz fertig, die Cyber-Sachen. Die Cyber-Sachen. Licht an, Licht aus. Also gibt es... Und dann natürlich Rolllin. Die gehen dann rauf und runter. Und das habe ich schon mal in meiner Story erwähnt, man kann die nicht nur so drehen, sondern man kann sie auch einwärts drehen, dass man von außen gar nicht mehr reingucken kann, aber trotzdem Licht bekommt. Also das ist eine ganz besondere Art der Verstattung. Die einzelnen Räume sind anzusteuern. Also jeder Raum kann einzeln angesteuert werden, auch so durchs Panel relativ grob, aber man kann alles noch ganz, ganz fein ansteuern über die Handys. Das mache ich die ganze Zeit im Hintergrund. Ich muss eine Sache noch zeigen, und zwar nicht vorhandene Schalter. Also man kommt hier nicht rein und hat dann einen Schalter, um das Licht anzumachen und hier Licht an und da. Weil wenn man gerade Flur, da braucht man da einen Schalter, um da anzumachen. Und wenn man durchgegangen ist, braucht man da einen Schalter, um wieder auszumachen. Und da hinten braucht man nochmal einen Schalter, um anzumachen. Wenn man da durch die Tür kommt, muss man auch wieder an- oder ausmachen können. Oder wie auch immer, viel an- und aus, an- und aus, an- und aus. Viele Schalter gibt es hier nicht. Der gesamte Flur und der gesamte Eingangsbereich, sowie die Küche, die werden automatisch gesteuert. Einfach Zeiteinheit und über Bewegungsmelder da oben sind die. Dieser eine kleine Punkt ist ein richtig toller Bewegungsmelder. Der merkt alles sofort, wenn man sich den Raum bewegen. Und ja, genau, also der ist gut und der riecht sich das dann und dann geht das Licht an. Das war's. Jetzt bist du wieder dran. Hast du jetzt wirklich alles zu seinem Flur gesagt? Äh, ja, ich weiß nicht. Vielleicht fehlt noch was ein. Wärme mich. Doch, die Sicht. Nein, die Sicht. Ja, klar. Alter Schöne. Ja, ja. Alter Schöne. Also. Der ist von Anfang an gewesen. Das war der Brain. Also, wie... Jetzt überblendet das ein bisschen. Eigentlich könnte das... Wenn man ein bisschen mehr herangeht. Man sieht das im Original. Sieht man immer hinten jetzt den Pool durchblitzen. Also, das ist das, was man sieht. Es geht alles durch. Vorher war da mal eine Toilette. Und es war durchdunkel. Ja, ist auch so. Ja, ja, genau. Ja, und jetzt ist das ein bisschen anders. Der Flur ist noch nicht vorbei, mein Scheiß. Ach so, du bist noch nicht vor. Oh, nein. Ja, also irgendwo müssen wir die Jacken aufhängen. Der Schrank für die Jacken ist genauso groß wie der Schrank für Nensis Zimmer. Ist quasi derselbe Schrank. Da ist die Stelle, wo ein ganz, ganz tolles Himmelbild... Nein, das ist doch nicht der Schwenk. Ach so, Entschuldigung. Also, der Schwenk geht dann so... So, herzlich willkommen in unserem Heim. Also, ich merke gerade, das sieht ziemlich krass aus. Ja. Meinst du mich, oder? Ja, dich meine ich. Ja, Jotus ist Baby, meine ich natürlich. So. Das Herzstück oder einzelne Herzstücke hier in diesem Haus ist natürlich... diese mega krasse Küche, meine Traumküche, die ich mir ausgesucht habe, ganz alleine. Ja, mit mir zusammen, ja. Ja. Diese Arbeitsplatte habe ich mir ganz alleine aus. Ja, das stimmt. Ich wollte sie nicht haben, weil ich dachte, das sieht so komisch aus. Sieht so unruhig aus und irgendwie so ein bisschen dreckig und so. Voll schön. Aber jetzt in der Fläche sieht das echt toll aus und setzt sich von dem Weiß trotzdem ab. Und ich habe schon sehr viele Kaffeeflecken drauf gemacht. Siehst du die? Nein. Also, es wird nicht so schnell dreckig. Das wollte ich damit sagen. Ja, die Küche wollen wir dir noch mal kurz zeigen. Ja, ein bisschen, ja. Ja, das gehört zur Lernhofstraße natürlich dazu. Also, wir haben diesen Abzugshauber. Wir haben uns extra gegen diesen einen Abzugshauber hier in der Mitte entschieden. Da gibt es ja jetzt mittlerweile solche Modelle, die hier von unten ziehen. Du wirst es wohl unbedingt den von oben haben, weil der zieht das dann hoch. Nach oben, ja. Der zieht auch nach innen aus. Also, der macht einen Kohlefilter. Und, Jens, hier hat jemand gefragt, wie reinigt man den? Also, der hat einen Knopf und dann wird der selber erhitzt ganz stark und dann reinigt er sich selber. Also, man muss das, glaube ich, einmal im Jahr machen und dann ist er von selbst gereinigt. Und, da ist eben auch Lampe und den kann man hoch und runter fahren. Das habe ich dir auch schon gezeigt. Also, wenn man den nicht braucht, dann ist er eben da oben. Und, wenn ich koche und wenn ich ihn brauche, dann fahre ich ihn einfach hier auf. Zum Beispiel diese Ebene. Und dann kann ich hier kochen, weil das stört dann auch mich, ne? Diese Sicht hier in der Mitte und, ja, das ist schon ein Stück, Stückchen. Die Farben kann man sogar auch ändern, ne? Ja. Und im Licht. Achso, das muss ich auch zeigen. Das finde ich richtig super toll. Etwas, das wirklich jede Küche braucht. Also, wir haben das ja jetzt im anderen Haus, wo einfach in der Kochinsel gar kein Strom ist. Und man denkt sich, ja, aber ich möchte hier auch irgendwie, ich brauche Strom. Und hier ist einer, den kann man einfach pushen, dann dreht er sich um. Hier ist sogar so ein USB-Ladekabel, richtig cool. Und wenn man den nicht mehr braucht, dann macht man den wieder zu und dann staubt er auch nicht ein oder wird schmutzig oder stört das Bild. Ja, ich habe eben gerade noch aufgeräumt, weil ich für mich selber gemerkt habe, hier ist ein geiles Büro. Also, man ist hier in der Nähe von der Kaffeemaschine. Und hat dann hier Strom, USB-Kabel. Also, man kann sich richtig toll hier hinsetzen. Das haben wir auch noch bald hier gezeigt, die neuen Barhocker. Ja, also die Barhocker sind auch eigentlich hohe Sessel. Also, richtig schön gemütlich, sodass die Kinder, wenn sie dann morgens abgefrühstückt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie dann auch gemütlicher sitzen können. Hier sitzt man gerne. Ja, dann kann man hier sein Frühstück einnehmen. Oder wenn ich mal schnell, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind, dann noch schnell mein Frühstück, Brunch, Mittagessen oder sowas machen. Dann kann ich einfach hier sitzen und muss dann nicht extra zum Tisch. Ja, ansonsten muss ich dir natürlich auch noch zeigen, was für tolle Geräte ich hier in der Küche habe. Ich habe nämlich zwei Backöfen als Backqueen. Ja, wir haben uns gegen den, wie heißt denn das, Dampfgarer entschieden. Ja, den haben wir ja im anderen Haus, den Dampfgarer. Den benutze ich eigentlich gar nicht, weil ich habe den ja eh in meiner Küchenmaschine drin nochmal so mit Dampfgarer. Und ich habe mich jetzt lieber für zwei Backöfen und einen mit Mikrowelle entschieden. Ich war ja eigentlich so gegen Mikrowelle gewesen. Aber mittlerweile weiß ich ja, Mikrowelle braucht man. Und dann kann ich Brot backen und trotzdem zum Mittagessen schon mal, weiß ich nicht, mein Gemüse da reintun und dann schon fertig machen. So, und dann daneben mein Prachtstück, hast du auch schon gesehen, in einem Reel. Mein XXL-Geschrift, oh mein Gott, ich liebe ihn. Ein absolutes Highlight und ein Must-Have für eine sechsköpfige Familie. Es ist wirklich so erleichternd, so ein Ding zu haben. Ich mache mir mal zu, sonst fände ich gleich einen zu picken. Und hier sind dann nochmal zwei Schubladen voll für Tiefkühl-Sachen. Hier auch endlich mit einem funktionierenden Eiswürfelspender. Das heißt, der macht automatisch Eiswürfel. Und ja, hier unten kommt dann eben auch nochmal Platz für alles, was man braucht. Wenn man vorgekocht hat, kann ich das schön einfrieren. Dann hat da immer ganz, ganz viel Platz. Ich habe so ein paar, die gefragt haben, wie habt ihr den denn jetzt so passend reinbekommen. Ja, es gibt extra ein Modell, das da passend reinpasst, aber nur, wenn man die Rückwand rausstellt. Oder den ganzen Vorbau macht. Und wir haben uns für die Rückwand rausstellen entschieden. Das heißt, die Wand zu Johann wurde teilweise, also zu dem anderen Zimmer, wurde teilweise eingeressen. Damit der, ich glaube, wie viel braucht der, irgendwie acht, neun Zentimeter braucht er mehr in die Wand rein. Und ja, das haben wir dann reingebrochen. Ja, für mal eine exzelle Kühlschrank. Damit das hier so zu ist. Es gibt ja auch diese Kühlschränke, die dann vorne so einen Eiswürfelspender und so weiter haben. Aber das brauchen wir nicht, weil wir ja diesen technischen Dingsbums haben. Ach, mein Wasserhahn. Genau, der mit dem Sprudel und gekühlten Wasser, also brauchen wir das nicht. Und das ist dann für uns schöner und auch hygienischer, wenn es da bleibt und da nur Eiswürfel fachen. Und das sieht auch schicker aus, wenn es eben zu ist und zu der ganzen Küche passt. Der Rollladen? Willst du was dazu sagen? Nein, du kannst es auch gerne machen, mein Schatz. Du willst es ja unbedingt, ne? Ja, du willst es. Also ich habe noch so einen Rolli. Man kennt das ja in der Küche, da hat man dann tausend Geräte stehen. Du nennst sie mit irgendwelchen Supergeräten, die... Ja, Küchenmaschinen. Ja, Küchenmaschinen. Die mag ich nun mal. Und das ist jetzt die Lösung dafür. Also die Küchenmaschinen, Toaster und so weiter können alles hier rein. Können die draufgestellt werden. Können dann hier ihren Dampf machen. Und da sind auch Stecker, also man kann hier seine Geräte draufstellen. Und dann muss man sie nicht stehen lassen, sondern wenn man fertig ist, kann man das schnell zuerst machen. Und dann hat man sie nicht stehen, dann ist es geschlossen und es ist zu. Ich habe noch gar nicht deine Lichtleiste hier erwähnt, die du hier eben extra angemacht hast, bevor ich das Video starten durfte. Das war Zufall. Ja, also das ist so, das Licht kann man so ein bisschen einstellen. Ich habe ehrlich gesagt nicht daran gedacht. Ich habe nicht daran gedacht, dass das ja auch Anastasias Höhe ist. Das hat jemand aus der Community gesagt. Das ist ja genau Anastasias Höhe. Kannst ja mal an- und ausschalten. Hier sind plötzlich, ist das nur die Ronnen, die man hier nochmal selber steuern kann. Das funktioniert zwar auch alles automatisch, aber es ist ganz schön, wenn man dann nochmal kurz das zur Hand hat. Dann hier kann man Licht ein- und ausmachen. Und man kann auch nennen. Und das sind Leuchten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also je heller man die macht, desto kälter wird das Licht. Und je dunkler man die macht, desto roterer wird das Licht. Das Badezimmer zeigen wir nicht. Warum? Ja, weil das ist auch was wir extra drüber machen. Ach so. Die Badezimmer sind doch echt krass geworden. Die Badezimmer sind doch eines der Herzstücke. Aber wir können jetzt mal zu dem Herzstück des Hauses kommen. Du hast es aber eilig hier jetzt. Das ist ja wieso. Okay, gut. Dann lass uns da reingehen jetzt. Einige haben gefragt, könnt ihr, wollt ihr nicht den Stauraum unter der Treppe nutzen? Ja, das ist der einzige Stauraum, den wir in diesem Haus haben. Also hier kommen dann Getränke rein. Also man kennt jetzt vielleicht diese Auszugsschubladen, die kommen dann hier rein. Und dann kann man die Getränke hier dann rausfahren. Oder wir verstecken Harry Potter da drin. Harry Potter? Ach so, stimmt. Der hat auch unter der Treppe gelegt. Aber der ist in Sau. Also man kann ja ganz viel darunter verstauen. Ursprünglich war mal die Idee, dass wir von dieser Seite einen Mülleimer reinzaubern. Jetzt ist aber die Blende von der Treppe so breit geworden, dass das hier für den Mülleimer zu klein wird. Deshalb nehmen wir diesen ganz coolen Mülleimer, den wir bei dem anderen Haus haben, und stellen ihn einfach da hin. War das hier noch kurz? Ja, und du musst ja deinen technischen Kram erklären. Ach so, technischer Kram. Also das ist ein iPad. Hängt nicht nur da, sondern man kann es auch benutzen. Ja, also man kann es benutzen und man kann dann ab und morgens hier die Zeitung lesen. Ach so, dafür ist doch deine Zeitung lesen. Ach so, hast du das schon geplant. Ja, und man kann darüber auch alles steuern. Also nachher wird es so sein, dass man, das ist jetzt unser Home, Smart Home, und über das Gerät ist auch geladen. Man kann dann von hier aus a das ganze Smart Home steuern und b wird nachher auch hier der Eingangsbereich wieder gespiegelt. Das heißt, hier laufen, wenn jemand klingelt, kann ich das dann hier auf. So muss man sich das vorstellen. Oben ist auch noch so ein Ding, aber hier ist die Zentrale. Und hier oben ist das Kamerasystem. Dann kann man hier alle Kameras sehen. Und dann ist praktisch ständig das ganze Haus zu sehen. Drumherum, Poolbereich und so weiter. So, dass wir so ein bisschen sehen, wo die Kinder sind, was im Pool passiert und so weiter und so weiter. Wir kommen jetzt zum nächsten Herzstück dieses Hauses. Jetzt geht es in den Wohn- und gemütlicheren Bereich. Das geht auch eine kleine Stufe. Die haben wir extra so geplant. So geplant. Wir haben sie so gelassen. Also sie war ja vorher schon drin. Man hätte es auch jetzt ebenmäßig machen können, aber wieso? Also es ist schon irgendwas Schönes, wenn man dann ins Wohnzimmer geht und das dann eben auch so ein bisschen getrennt hat mit einer Stufe. Ja, das ist eigentlich ein schönes Design-Element. So, das Wohnzimmer hat sich geändert bei, wir haben jetzt hier eine Bodenheizung drin. Die hatten wir vorher nicht drin. Wir haben Belüftung hier drin. Wir haben schon Lampen hier drin. Justus konnte nicht abwarten. Das ist eigentlich ein leerer Haustuch, aber die ersten Lampen sind schon drin. Wo sind die Lampen? Also es gibt einige, die gesagt haben, die Lampen sind schön. Die anderen haben gesagt, die Lampen sind hässlich. Vor allem sind die Lampen auch funktionell. Da kommt der Esstisch hin. Und wir hatten vorher hier so eine riesige Lampe, die sah ganz nett aus. Aber die war erstens, hat sie extrem geblendet, war nicht dimmbar, hing dann mitten im Raum. Und das ist jetzt praktisch die bessere Lösung. Man sieht nachher, wenn man den Tisch hier drunter stellt, sieht man praktisch den Tisch beleuchtet. Es ist dann quasi wie eine indirekte Beleuchtung und hat dann trotzdem den Blick nach draußen frei. Also wenn ihr jetzt hier durch die Kamera seht, seht ihr quasi die Lampen nicht. Diesen Effekt, den wollte ich erreichen. Sondern man sieht nur draußen. Das war ja so Justus' Wunsch gewesen, dass man das Gefühl hat, es gibt keine Begrenzung zwischen drinnen und draußen. Sondern man ist einfach frei. Man ist frei, genau. Also man hat immer das Gefühl, man ist mit draußen. Und das ist ja auch das, was dieses Haus richtig krass hermacht. Ja, und jetzt sind wir auch schon sehr gut da. Wieder mal im Blick. Wie gesagt, der Garten ist noch nicht ganz fertig. Aber seit dem letzten Video hat Justus ja schon wieder Pflänzchen und Steinchen und sowas gemacht. Ja, Pflänzchen natürlich. Sieht schon sehr, sehr hübsch aus, finde ich jetzt. Also sieht jetzt schon sehr gut aus. Ich habe noch ein paar Überraschungen für Nancy. Nancy wollte ja auch mit dem Garten ganz viele, was heißt Blumen und Sträucher haben, die blühen. Und das schaffe ich auch, ohne dass es hässlich aussieht. Justus ganzer Stolz. Ja, nach mehrfacher Revision, weil es nicht ganz geklappt hat. Jetzt aber. Man kann es sehen. Es ist eine Glasplatte, aber die liegt nicht auf dem Boden, sondern die liegt im Boden. Genau, also das ist jetzt hier eben. Genau. Und sie liegt nicht mehr drauf, weil vorher hatten wir eine, die da drauf lag. Aber das war halt irgendwie, ne? Ja, da gibt es so einen Pumpeffekt. Also wenn man drauf tritt, das merkt man jetzt hier auch. Es geht dann so um einen halben Millimeter jetzt hier. So genau gerade kann der Boden einfach nicht sein. Und dadurch pumpt sich ständig immer irgendwas da drunter. Irgendwann kommt da ein bisschen Sand rein. Und dann zerdrückt man den Sand mit der Glasscheibe auf den Parkettboden. Und dann wird der Parkettboden kaputt gehen. Und man sieht dann nicht mehr schön aus. Und das ist jetzt verändert. Also dadurch, dass die Glasscheibe hier eingelassen wurde und versiegelt, kommt jetzt hier nichts mehr rein. Okay. Die technischen Details sind, glaube ich, nicht so spannend offensichtlich. Doch, wirst du so sinnvoller alles erzählen? So lange kann ich ja mal chillen. Also dieses Sofa kennst du ja schon. Ja. Das steht wieder hier drin, weil eigentlich habe ich überlegt, sollen wir ein anderes oder nein, warum, wir lieben dieses Sofa. Und das ist einfach jetzt hier um die Ecke, weil eigentlich wollte Justus das ja wieder da hinstellen. Weißt du, dass es davor da stand und dann haben wir hier immer Fernsehen geguckt. Also hier war ja Fernseher. Und dann habe ich zu Justus gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht, dass der Fernseher zentraler Mittelpunkt in einem Wohnzimmer ist. Warum? Wir gucken sowieso nur furchtbar selber im Fernsehen. Wenn dann nur mal abends einen Film oder unsere Serie. Aber ansonsten möchte ich doch leben in so einem Wohnzimmer auch nach draußen gucken. Ich meine, wenn wir schon so eine riesen Panoramafensterfront haben, dann würde ich nach draußen gucken, meinen Kindern zu gucken oder einfach den Vögeln zu gucken. Den Vögeln zu gucken. Ja. Also deshalb haben wir das jetzt hier hingestellt. Aber es bleibt nicht ganz so stehen. Ach so. Wenn es dann ein Tickchen reindrücken, also dass es ein bisschen mittiger ist. Und dann kommen da schon Schränke hoch. Und hier an der Wand? Ja. Hier? Ja, genau. Also es ist jetzt hier fast komplett an die Wand geschoben. Das lassen wir nicht so. Und wir ziehen es ein bisschen nach vorne, sodass dann eben Schränke da langlaufen können. Und dann kommt hier auch nicht mehr diese überdimensionierte Fernseher hin, sondern kommt hier ein kleiner Fernseher hin. Ach so, dann willst du da in der Ecke machen? Ja. Ah, okay. Das heißt, man kann hier ein bisschen schräg stellen, sodass man diese Schräge hat. Ja, das reicht. Guck mal, dann sitze ich hier, weißt du. Ich sitze hier, so abends. Oh, guck mal, dann machst du meine Füße so, weißt du. Und dann liegst du hier so halb auf mir, so kuscheln. Genau. So unter dir, also wie man es so halt macht. Auf mir. Okay, also dann ist dann hier der Fernseher, hier machen wir noch einen kleinen Schrank hin. Also ich weiß nicht, ob es denn die bleiben. Weiß hat die Nancy schon angewählt, ist schon besser. Steck mal die Pflanzen drauf und dann kommt hier die Pflanzenkram runter. Ich habe ja jetzt auch Fenstersims, habe ich doch schon erwähnt. Ja, fach. Endlich habe ich Fenster, ich zeige es dir nochmal, damit es wirklich jeder mitkriegt. Ich habe Fenstersims, ne? Da kommen jetzt... Fenstersims und Fensterbank, das ist so ähnlich. Das würde man Fensterbank nehmen. Ja, ich habe jetzt Fensterbank, da kommen meine Pflanzen hin. Da freue ich mich schon drauf. Und wir werden es auch nicht bewusst vollstellen. Nee, wir werden es nicht so vollstellen. Nur voll mit Pflanzen, aber ansonsten Möbel nicht so. Hier muss man sich alles vorstellen, es ist einfach alles voller Kinderspielzeug. Man muss sich aufpassen. Ja, also hier wird es wieder lebendig. Aber das Coolste ist ja natürlich immer noch, wie man es Fensterkramen macht. Mach es auf, mein Schatz. Wow. Und wir leben ja draußen. Ja, aber das zeigen wir ja noch nicht. Das ist ja nur eine leere Haustür. Ich bleibe mal hier stehen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Man darf es nur erahnen. Man darf es nur erahnen. Aber eine fertige Gartentour wird es dann auch noch geben. Dann geht. Im Wohnzimmer. Nicht durch eine schmalige Schuhe. Einfach raus. Ah. Ja. Schön. Schön. Richtig schön. Den Parkettboden, den liebe ich auch über alles. Das ist echt eine schöne Farbe. Wir haben ja echt lange überlebt mit der Farbe. Wollten nichts zu gelbes, aber auch nichts zu kaltes. Das ist genau das Mittelding. Warm, gemütlich, aber nicht so dieses Gelb. Wie das da. Das kommt auch noch raus. Ja, mein Schatz. Ich habe es ja schon gesagt. Ah, als ich es hinterher hingestellt habe, dann ist das gelb. Das ist nicht so richtig, das ist wirklich ganz steil. Komm weiter, Justus. Jawohl. Das Video wird zu lang. Komm, wir machen jetzt nur noch schnell. Okay, nur noch schnell. Zack, hier ist der nächste Raum für Johann. Johanns Poolzimmer, genau. Er weiß schon ganz genau, wo er was hinstellt. Ja, er hat sich schon was ausgesucht. So cool. Hier kommen wir direkt zum Poolbereich. Ist ja auch gern wieder genau. Ach so stimmt, das war ja Nanzis und mein Zimmer früher. Bei Justus und ich machen es uns immer nicht einzig. Ja, ja, ja. Die Kinder kriegen bei uns immer das Beste. Ja, also geplant ist dann da Bett. Ein bisschen Fernseher. Ich glaube, so hat sich Johann das vorgestellt. Auch hier mit dem Sofa. Ja. Seine Zocker-Lounge. Seine Zocker-Lounge, genau. Mit deinem Kumpel, der hier zusammen, weißt du, mit dem Feuerbrillen. Weiß ich nicht. Bam, bam. Okay, wirklich. Habe ich noch nicht gezeigt, das will ich auch noch mal zeigen. Wieso? Ach so. Es gibt ja auch Leute, die kennen uns gar nicht, haben die vorherigen Hausblogs nicht gesehen, wissen gar nicht. Oh mein Gott, dann müssen sie jetzt aber hier, aber genau ein bisschen was hier rufen. Meine Durchreiche, direkt zum Poolbereich. Da sitzen meine liebten Menschen. Die liebten Menschen sind nur zwei. Und ich werde denen hier ihre Cocktails und leckere. Wir haben schon ganz viel getestet. Wollen wir die gelesen? Da. Da. Komm, ich mache jetzt mal Strudelwasser. Sprügelwasser. Sprügelwasser. Gekühlte Sprügelwasser aus dem Wasserhahn. Natürlich für mich. Und dann wird es draußen hingestellt. Meine Durchreiche. Vorher hatte ich hier nur ein kleines Bullauge. Stimmt. Und das war genau hier. Ja. Das war genau hier so ein Bullauge. War ein bisschen da noch rein. Und jetzt hörst du das Geplätscher vom Wasser? Das ist auch schon wieder viel Urlaub für mich. Ja. Und das ist meine Idee gewesen. Hier, guck. Ich mache es wieder zu. Warte mal kurz. So den Oasencharakter haben wir jetzt noch ein bisschen erhöht. Der Wasserfall spudelt jetzt auch. Später wird das hier noch begrünt, das Ganze. Aber wir sind wieder am Aufbau. Aber das ist sozusagen das Geräusch, was uns da verfolgt. Dann mache ich jetzt aber wieder zu, ja? Denn das Haus hat nicht nur Fußbodenheizung, sondern auch Klimaanlage. Und gerade wenn es draußen richtig heiß ist, ist es hier drin wunderbar kühl. Allerdings ist sie jetzt noch nicht an. Ist doch gar nicht an, ist aber trotzdem kühl. Ja, ja. Das ist das Krasse überhaupt. Also wir haben ja jetzt Hochsommer. Und eigentlich müsste es hier drin schon richtig brüllend heiß sein. Ist es aber nicht. Also wir haben schon eine Lüftungsanlage hier drin. Die zieht hier die warme Luft raus. Und ja, pustet die kühle Luft wieder rein. Aber für die ganz heißen Tage haben wir die Klimaanlage. Und ja, die können wir gleich mal zeigen, ja? Ja, du kannst auch was erzählen von deinen Dach-Solar-Dingern. Ach so. Da haben auch viele sich für interessiert. Also wir wollten ja eigentlich eine Gasheizung hier installieren. Das war vor zwei Jahren, als wir das alles geplant hatten. Davon sind wir jetzt abgerückt. Und das Haus wird dann beheizt durch eine Wärmepumpe. Und auf dem Dach haben wir 42, 1,20 Meter breite, 1 Meter hohe Solarplanelen. Also die sind ja relativ groß. Und ja, die sind alles schön ausgerichtet. Und da kriegen wir jetzt unseren Strom her und beheizen dann unser Haus mit dem Strom aus dem Dach. Nicht nur das, sondern gerade wenn es ganz, ganz heiß ist draußen und die Sonne ganz so scheint, haben wir so viel Energie, dass wir das einfach ins Haus wieder reinstecken können. Und damit das Haus kühlen können. Also wir verbrauchen quasi keine Energie mehr. Cool, ne? Ist der Pool auch da dran? Ja, der Pool. Also viele haben auch gefragt, hm, der Pool und wird er geheizt. Den Pool selber können wir auch über die Solarzellen heizen. Da gibt es auch eine eigene Wärmepumpe und die wälzt das dann um. Und dann können wir auch in dem warmen Pool baden. Und der Pool ist auch ein toller Energiespeicher. Also die ganze überschüssige Energie können wir dann da reinleiten. Aber das ist noch ein bisschen tricky. Die Technik ist noch nicht ganz fertig. Diese wunderschöne Treppe. Oh mein Gott, vorher die Treppe war nicht so schön. Ja, die hatte Metallstufen. Und dann auch noch dieses Sisalzeug. Das hat auch nicht zusammengepasst, ne? Nee, das war nicht so richtig. Und das war so kalt und so ungemüttelt. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Holztreppe mit Weiß, Holz und Glas. Ja. Sieht total schön aus. Ja, also die Treppe von Elisa, nee, von Clara. Die Treppe von Clara hat ein Modell gestanden. So oben eben, ne? Ja. Das sehen wir gleich. Und da haben wir ein bisschen abgeguckt. Und ja. Hat auch unser Schreiner Reis dann hier mitgebracht. Und guck, in diesen kleinen Vorhau-Bereich. Mit ganz viel Licht. Denn da ist ein riesiges Fenster und von da kommt auch noch Licht. Hier ist ein riesiges Fenster, auch neu. Vorher war da kein Fenster. Und da hinterher verbirgt sich... Will ich aufmachen? Ja. Okay. Mein Mission now! Yay, genau. Ein Wäscheraum. Das Coole ist ja jetzt wirklich, man kann jetzt einfach hier die Tür zumachen und dann leuchtet es nur durch. Also es ist nicht so, dass man das immer präsent hat, sondern man hat hier so ein Lichtelement und dahinter verbirgt sich der Wäscheraum. Hier kommt meine Waschmaschine trockener hin. Hier habe ich mein Waschbäckchen. Das ist extra konzipiert worden, weil ich so ein bisschen panisch bin, wenn mal die Waschmaschine ausläuft. Das ist jetzt uns zwei oder dreimal passiert, dass die Waschmaschine ausgelaufen ist. Oder wenn diese verdreckt ist und man den Filter sauber machen muss. Dann läuft das ja aus, 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 aus. Dann wollte ich nicht, dass es über den ganzen Fußboden läuft. Das ist hier zwar Keramikfußboden in Holzoptik, aber gleich da ist es richtiger Holzfußboden. Also haben wir uns dafür entschieden, so einen Fußbodenablauf einzubauen. Und das ist dann sozusagen der Platz für die Waschmaschine. Und von da aus kann das ganze Wasser dann sofort in den Abkuss. Und noch was. Ich habe das jetzt extra dreiteilen lassen. Also diese Schiebetüren sind genau hinter die Waschmaschine zu schieben. Und dann, nee, musst du wieder aufmachen. Und dann hat man hier eine Erweiterung. Also dieser Flur ist ja nicht nur Flur, sondern wenn man dann hier alles voll stehen hat und so weiter, kann man dann sagen, okay, gut, hier stelle ich mein Bügelbett auf oder kann ich ein bisschen rüber. Genau, nennt sie Strahldimmer, wenn sie umbildet. Okay, also das heißt, man kann das hier dann als Erweiterung nehmen. Und am Ende räumt man alles wieder zusammen, stellt das da rein und macht die Tür wieder zu. Und dann sieht man nichts. Dann geht es jetzt rund. Hinter Gusses befinden sich die abgefahrensten Zimmer. Oh mein Gott. Also die richtig krassen Zimmer. Aber hier in diesem Haus. Oh mein Gott, dieses hier. Nancy weiß noch gar nicht, wie das ist mit den Lichtelementen. Und jetzt sagst du, weil das wurde erst gestern gemacht, ist zwar nicht ganz fertig, aber es ist jetzt schon saukrass. Geh mal rein. Ich darf reingehen? Ja, geh mal rein. Aber die Community nicht. Nee, du nicht. Die Community nicht. Geh mal rein und guck mal. Oh, das ist ja schön. Oh, du bist so süß. Sieht gut aus, ne? Das ist zu hammergeil. Komm, das verstecken wir in die Bade. Und das Zimmer, ne? Also gut, das Zimmer ist mega krass. Das ist noch krasser. Aber das... Nee, nee, nee. Was machst du denn? Nur ein bisschen Zeit. Nee. Boah. Okay. Gut, jetzt hör auf. Einmal das Männerbad, so haben wir das jetzt benannt. Aber wir werden es nicht so aufteilen. Ja, wahrscheinlich. Mensch und ich dienen ja immer zusammen in die Zimmer. Genau, deswegen werden wir wahrscheinlich beide zusammen das Frauenbad benutzen. Auch mit Doppelwaschbecken. Das ist natürlich super praktisch. Mit Bahnewatte, mit Dusche. Und hier ist eben ein kleineres Bad. Das ist nicht wirklich klein. Ja, das ist das frühere große Bad. Genau, das war früher. Damals hatten wir nur dieses eine Bad. Auch nur mit Dachschräge. Jetzt ist ja die Dachschräge weg. Das zeige ich dir dann noch alles. Also beides muss ich noch gedulden. Da bin ich schon ein bisschen gemein. Aber jetzt kommen wir in den ersten großen neuen Raum, den eigentlich noch keiner kennt. Und natürlich sind hier kein Müll drin. Das ist ja eine leere Ausgabe. Ja, also ein Bett ist schon so. Ja, ja, ja. Das ist ein überdimensioniertes Bett. Und zwar nur für meine kleine Tochter Elisa. Warum nicht? Du hast hier so ein richtig schönes, großes Bett. Ja. Du kannst ja auch als Sofa benutzen. Panorama-Penzen. Ihr Oberlicht hast du noch nicht gezeigt. Oh mein Gott. Oberlicht. Ja, das ist echt schick. Kann man auch aufmachen zum Lüften. Aber natürlich trotzdem hier auch schon eine Klimaanlage. Ja, ja, ja. Aber das ist schon ziemlich krass. Also wenn die Klimaanlage nicht wäre, dann würde es hier schon ziemlich warm werden. Ja. Ich habe schon ein paar Tage hier verbracht. Und da war es hier schon... Hast du aber schon in diesem Zimmer geschlafen? Ja, ja. Frag nicht. Und es war mega heiß. Ich habe dann wirklich nur die Klimaanlage angemacht und mich gepusten lassen. Ich habe mich dann hier aufs Bett gelegt und das war echt angenehm, ja. Richtig schön. Ein Baustock auch von unserem geliebten Schreinermeister. Der ist viel größer als meiner. Der ist auch doppeltig groß. Und der ist noch höher, Elisa. Ja, und ist auch deutlich höher, weil der ganze Raum, ich weiß nicht, glaube ich, der ist 2,75 Meter. Ja, da komme ich nicht schon an. Also relativ hoch. Also riesig. Hat eine Schublade nach unten. Ja, ist alles derselbe Stil. Er war auch sehr stolz drauf, weil, wie gesagt, das hat er sonst noch nie gemacht. Dieser Schreinermeister? Ja, genau, dass es hier so auch eine durchgehende Linie gibt. Ach so, dass es designmäßig ist. Genau, also das macht hier auf und greift hier also seitlich rein. Und die Schubladen gehen dann auch, ist eine Linie durchgehend und dann greift man auch da rein. Also man hat hier keinen Auszug. Also ich muss ja sagen, ich liebe ja dieses Zimmer. Ich habe auch gesagt, also dieses hätte ich auch gerne genommen. Also wunderschön. Also man hat hier auch echt einen krassen Ausblick. Eigentlich im Wohnzimmer waren das die einzigen Lampen, die wir haben werden. Ansonsten haben wir überall Spots, weil das einfach praktisch ist. Es fällt mich total auf. Aber ich finde es ja auch trotzdem schön. Also ich finde Spots schön, minimalistisch und erfüllen ihren Zweck, einfach Licht zu machen. Aber ich habe schon gesehen, also was kann man jetzt wahrscheinlich nicht wirklich sehen. Hab man das gesehen? Dieser Rand von dem Oberlicht, der leuchtet jetzt. Ich habe das schon ein bisschen ausgetestet. Es reicht, wenn man das Licht anmacht. Also hat man eigentlich immer das Gefühl, dass von oben Licht kommt. Jetzt habe ich aber noch was anderes gemacht, und zwar Kinderschalter habe ich installiert. Es gibt so von Zenio, als der Hersteller, kann man Bilder auf die Schalter selber draufmalen und kann die selber gestalten. Und das ist jetzt hier in der Ecke. Also erstmal hier hat man so einen Multifunktionsschalter. Unsere Tochter wird nicht immer sechs Jahre alt bleiben, sondern wird ein bisschen älter werden. Und dann kann sie später diesen Schalter auch sehr gut bedienen. Also jetzt kann sie jedes einzelne Element, die Fenster, das Licht, Voreinstellungen, kann sie über diese Schalter machen. Und da gibt es eben nur eine Funktion, dass sie eben nicht so ein bisschen durcheinander kommt. Das ist so ein Multifunktionsschalter, sondern jede einzelne Taste hat eine Funktion. Und das fand ich ein bisschen kinderfreundlicher. Und sie hatte ja auch vorher das kleinste Zimmer gehabt. Das war auch nicht so toll. Und jetzt kriegt sie wirklich ein mega tolles Zimmer. Das hat sie sich verdient. Sie ist ja dann jetzt auch Schulkind und kriegt dann auch ein Schreibtisch und sowas hier rein. Hausaufgaben. Ja, dann kommen wir in diesen Raum. Das war früher das Mega-XXL-Zimmer von Johann gewesen. Der kriegt ja jetzt das Poolzimmer unten. Ja. Und es ist immer noch eine riesengroße Halle. Hallo. Juhu. Aber jetzt auch mit Fußbodenheizung, mit Klimaanlage. Also natürlich alles wieder extrem aufgewertet. Fenster sind auch neu gemacht. Ja, mit Rollleben. Extrem krass. Ja. Die megagroßen Fenster, wo man eigentlich rausgehen kann, ne? Ja. Hinter so neue Türen sind das, ja? Ja, letztendlich ist es auch so ein bisschen Notausstieg. Also ich habe jetzt darauf geachtet, dass jedes Zimmer die Möglichkeit hat, relativ schnell nach draußen zu gehen. Ja, das wird auch noch sauber gemacht, aber es dauert noch. Man fühlt sich auch so ein bisschen verloren, in die Zukunft zu beziehen. Es ist wirklich sehr groß. Ja, aber man kann es nutzen. Also man hat mal gesehen, vorher waren ja hier Klara und Johann zusammen. Ja, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Das heißt, die Geheimnisse. Ach so. Ja, das ist die Geheimnisse. Dann war hier auch ein Schrank drin, der war nochmal doppelt so groß. Das hat aber nicht gepasst. Und es war auch energetisch schlecht, weil hier befindet sich ein Kamin dahinter. Und dadurch, dass wir den verschalt hatten, hat er hier in den Raum keine Wärme abgegeben, so dass wir jetzt nur noch diese Mische als Schrank nutzen werden. Ist aber nicht alles. Hier kommen nur eigentlich die Hängesachen rein. Hier werden wir also eine Kommode herstellen, eine breite, große Kommode, so dass man dann hier die Wäsche rausziehen kann. So auf Kopfebene, dass die Größe erhalten bleibt des Baumes und dass man nämlich das irgendwie zustellt, damit irgendwie hinschränkt. Kommen wir zum Kinderzimmer Nummer 4. Richtig? Einmal für Kinder. Also, in Claras Traum-Kinderzimmer mit begehbarem Kleiderspahn. Ein absoluter Traum. Vorher war das hier zu, jetzt haben wir es offen. Und ja, sie wird auch älter. Und dann wird sie auch mehr Klamotten haben und so. Und hat sie auch schon einen Schwingtisch. Das ist mein allerer Schwingtisch. Die haben wir noch nie hingestellt. Aber sie findet es ganz schön. Und natürlich hat sie den mega krassen Aufstieg hier zu ihrer eigenen Buchebene. Das war auch die beste Idee gewesen. Die war auch vorher nicht drin, sondern das haben wir auch erst vor 4 Jahren oder so gemacht. Und ja, dann hat sie da nochmal eine Ebene, wo sie machen kann, was sie möchte. Weil vorher war der Raum da oben natürlich gar nicht genutzt. Der war einfach nur super mega hoch. Und dann habe ich gesagt, lass uns so eine Hochebene machen. Dieser Raum eignet sich perfekt dafür. Ja, ich weiß noch, als wir hier eingezogen sind, da war hier auch das Schlafzimmer. Mit dem Cisar-Teppich, der ein bisschen eblig war. Wo ich gleich in der ersten Nacht einen Asthmaanfall hatte. Dann musste ich selbst mal rauchen. Das ist genau, das habe ich gekauft. Da kann ich nicht drin wohnen. Ja, also das ist hier echt, Clara ist abgefahren, das Zimmer. Das ist schon krass geworden. Ja, sie ist hier super kreativ. Sie hat hier einen Schreibtisch, wo sie dann nicht so kreativ ist, sondern auch nur Schulsachen macht. Sie ist so ein fleißiges Mädchen. Sie kommt ja jetzt auch in die weiterführende Schule und freut sich riesig darauf. Und ich bin so froh, wenn sie wieder alle hier sind und wir unser schönes Kinderzimmer haben. Und ja, wir alle wieder hier leben. Unser Familienleben. Unser kleines, dieses Familienleben. Die Treppe war vorher ohne dieses zweite Geländer, sondern nur mit dem. Allerdings haben wir gemerkt, dass die Kinder hier nicht richtig drum herum fassen können und haben dann ein zweites Geländer installiert, und zwar für kleine Kinder. Also, dass man da wirklich richtig festhalten kann. Und zwar von beiden Seiten. Mit beiden Händen sich festhalten können, damit dann wirklich nichts passiert, wenn die Kinder hier rauf oder runter gehen. Das ist jetzt die Hochebene. Das ist so konzipiert, dass das von da nach da etwa 2,10 Meter sind, sodass man hier ein Bett hinstellen kann. Das ist ganz wichtig. Das Bett war vorher so quer und das wird auch diesmal wieder dahin passen. Neu ist auf dieser Ebene sind hier diese Spots, die installiert wurden. Und ein Schalter, von wo aus man alles steuern kann. Genau, es wird jetzt heller und dunkler. Und das ist das Licht unten. Das kann sie dann auch an- und ausmachen. Und dann geht es wieder runter. Früher war das hier leider ein bisschen sehr heiß drin. Das sagt daran, dass das Haus nicht ausreichend isoliert war. Die Fläche, die jetzt hier dahinter ist, hat jetzt eine Dämmung von 35 Zentimetern. Natürlich ist es eine Holzschicht dazwischen und so weiter. Dann kommt das Dach und dann kommen die Solarzellen. Also von dieser Seite ist es wirklich extrem gut gedämmt. Aber auch hier haben wir eine Klimaanlage drin, sodass dieser Raum auch gekühlt werden kann. Okay. Na dann? Bye, Lisa. Du lässt es dir gut gehen. Nein, wie schön das ist, wenn man hier einfach im Bett liegt. Ja, genau. Das habe ich Nancy erzählt. Als es denn hier lag. Genau, das war der Himmelsee. Tja, guckst du so raus in den Hemmeln. Tja, guckst du so rausk, Junge. Vielen Dank.